Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit unseren Fast Food Fast im Fast Food Simulator. Ja, wir machen weiter. Schön, dass ihr am Start seid. Und dritter Arbeitstag. Ähm, ja, wir müssen Burger braten, Leute. Ja, wir haben hier noch was, ne? Genau, wir haben hier noch was. Sehr schön. Können wir gleich auf dem Griff feuern. Genau. Genau, wir legen gleich los, ja? Genau, äh, so. Da muss man sich mal ganz kurz konzentrieren. Sonst sind die Bürger problematisch. Äh, problematisch. Da. Erstmal den alten Scheiß hier weg bürgern. Die guten Bürger, Petty. So, nice, gut. Was haben wir eigentlich noch? Wo ist denn der Ketchup hin? Wo ist denn bitte unser Ketchup hin? Okay, sieben haben wir schon mal. Sehr gut. Äh, mal wo ist unser Ketchup hin? Nicht ernsthaft. Ich glaube, warte mal, der geht nicht mal drauf, ne? Ist der weg? Wollte ich nochmal neu kaufen, oder wie? So. Ketchup, das man nicht verbraucht, kommt gleich weg. Hm, ist ja doof. Okay, dann... Zweimal. Zweimal. Hm, ordentlich Fleisch natürlich. Dreimal. Ich würde sagen, reich, weil sieben haben wir. Müsste passen. Ähm, Brötchen, Brötchen haben wir genug. Dieses Papier hier. Haben wir noch das und das Paket mit... Zwei Mengen. Müsste eigentlich auch noch reichen. Ähm, was haben wir neu? Bruderbecher. Mhm. Ja. Okay. Dann mach doch mal... Einmal das noch dazu und dann... Passt. Gut. Sehr schön. Nice. Sehr, sehr gut. So. Wir hatten schon mal sechs. Ja, komm. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ja da. Ich bin doch hier, Mensch. Ich bin doch hier. Ja, also, hol. Mal gucken, wie heute Tag drei läuft. Ich bin gespannt. Moment. Hm, hm, hm. Nee, warte. So. Ja. Ja. Warte, man kann die auch so ein bisschen zusammenstellen. Einmal drei. Gut. Gut. Also, ich habe jetzt zweimal gereicht. Ah, okay. Wissen, was mache ich mit dem hier? Vielleicht wenn ich es in den Kühlschrank stelle. Vielleicht muss es doch in den Kühlschrank, wenn... Äh, das könnte sein. So. Hm. Ah, ja, die Fleisch auch noch. Das Fleisch hier... ... hat die ganzen Soda-Becher. Gut, du kannst abfahren, Junge. Ja. Was machen wir mit dem... Ähm. Kann man die hier irgendwo hin tun, oder wie? Füllenbeginn. Ah, okay. Nee. Das sind erstmal 20. Das mal reichen. Was ist das? Ach so, da... Alter. Haben wir richtig viele Soda-Becher hier gekauft. Noch ein bisschen Papier. Fleisch nochmal. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Fleisch ich brauche. Muss ich gleich selber mal gucken. Oder auf jeden Fall... Das hier. So. Ah, hier die... Ist... Der ist jetzt ein bisschen zu... Huff zu... Äh... Ein bisschen zu schnell gemacht. Ja, man darf es aber nicht zu schnell machen, ne? Sonst kommt man nicht mehr hinterher. Genau. Dann passiert nämlich genau das. So. 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 Was ist das? Da! Gott. Kurz panic bekommen! so gut wieder drei platten fertig das sind dann 18 bürger oder je nachdem gott easy nice gott ich glaube dann müsste es auch erst mal reichen hoffentlich ich habe gut vorgebraten hoffe dass er dieses mal nicht ja gut und und ein bisschen angekokelt egal genau und haben wir ja gut was weggebraten Mensch und dann einmal die hier ja, aber dann haben wir alle mehr können wir eh nicht braten wohl ja fünf Stück könnte ich noch braten aber ich glaube es passt zack sehr gut das sind eins, zwei, drei ja, hab ich doch genug da hab ich doch genug ja ich habe 12,8,24 ah ja so sehr gut dann haben wir Tack, tack, tack. Ketchup ist hier. Das andere Ketchup ist hier. Genau, ja. Sehr schön. Sehr schön. Und hier können wir arbeiten. Ein bisschen sonderarbeits, warte mal. Mein Brötchen kann auch nicht da hin. Das würde gehen. Zack, zack. Das ist gut. So, sehr schön. Tag, tag, drei kann losgehen. Sehr gut. Sehr schön. Kommen schon welche? Nö. Obwohl ich kann. Brauch nur. Jupp. Hallo. Okay. Ich drehe die noch einmal kurz gleich. Äh, was wollen die beiden? Ein Burger? Ich komme gleich. Eine Sekunde. Geht gleich los. Hoffentlich habe ich die Sekunde noch. Hoffentlich habe ich sie noch. Äh. Ja? Kriegst du? Gut. Bürger. Wo war der Bürger? Tisch zwei. Okay, komm, komm, komm. Wo ist Tisch zwei? Tisch zwei? Da. Ich muss jetzt aber zack, 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 gehen. Naja. Okay. Tisch zwei. Die anderen wollten nur ein... Wollen die haben? Mr. Hoop. Ähm. Wie geht das? Alles mit so... Mr. Hoop? Wurde ich das? Hello? Naja, woher wollte ich das haben? Äh, ich habe ja dem... Gar keine Ahnung. Äh. Mr. Hoop. Okay. Ja, Mist. Nicht gut wer. Äh. Mr. Elf. Okay, ein paar werden wohl gehen, schätze ich. Oh, boah, ist das auf dem Tablett? Ernsthaft? Oh. Alles ein Tablett, okay. Merke ich mir. Ähm. Auch ein Mr. Hoop. Hello? Aber kein Eis. Wie kriege ich Eis her? Äh. Nö. Ich habe kein Eis. Ähm. Nö. Einmal Eis. Ah, scheiße. Okay. Oh, sorry. Ja, ist ja gut. Äh. Wer war der Nächste? Dann nehme ich den jetzt. Mit zweimal Eis. Da wollen wir einen Hamburger. Mit Ketchup? Ja. Der gönnt sich halt richtig. Welcher Tisch ist das? Äh, Tisch Nummer 7. Wobei nicht. Ja, war klar. Tisch Nummer 7. Äh. Äh. Doppelt der mit Mr. Hoop. Okay. Hey. Doppelt der mit Mr. Hoop. Äh. Doppelt der mit Mr. Hoop. Doppelt der mit Mr. Hoop an die 12. Okay, ja. Ähm. Nice. Äh. Gut. Äh. Hamburger. Juma. Juma. Und ein Hamburger. Okay. Okay. Mit einmal Eis. Mit zweimal Eis. Super. Okidoki. Hi. Andy. Oh, ich habe hier den Tisch nochmal mal zu gucken. 15. Äh. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Und wo die 15 Leute? Ah, was ist denn der komische? Hier. Yeah. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie lange die warten. Das weiß ich halt auch noch nicht. Ein Splash Cola. Ah, ja. Splash Cola. Und ein Hamburger fertig machen. Äh. Hamburger. Das ist einmal die Tischnummer data. Und einmal. Jupp. Ja, das war jetzt die Tischnummer. Neun. Ja, wo ist Nummer neun? Hallo. Ich war doch gerade. Hm. Wie schnell soll ich denn arbeiten, Leute? Nummer, Nummer sechs ist aber auch fertig. Nummer sechs. Nummer sechs. Wo ist die? Hey, die Nummer hier und das so weird. Hm. Gerne. Nummer zehn. Doppelter. Okay. Mit Ketchup? Ja. Mit Ketchup und Doppelter. Einmal Ketchup? Ja. Nummer zehn. Okay. Oh, du musst aber echt schnell arbeiten. Äh, Hamburger. Äh. Etwas mit Juma. Ohne Eis, ne? Juma, Hamburger und... Juma, Hamburger und zwei mal Ketchup. Lenshaft. Scheiße, egal. Hallo. Ah. Auch wieder zu spät. Das ist Mist. Juma, Nummer acht. Hm? Warum? Ah, wat weiß ich denn. Grundin schwierig, äh. Äh, ja. Ein Hamburger. Jetzt mach ich den Fehler nochmal. Fuck. Nummer fünf. Ja. Doppelter mit Eis. Okay. Äh. Warte mal. Doppelter. He does. Okay. Doppelter mit Eis. Kommt Bocklet wegzuwerfen. Man soll... ...essen nicht wegwerfen. Was denn für ein... ...leit... Oh, jetzt hab ich das sogar. Sehr gut. An welcher Tisch Nummer? Drei. 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 Nein. Geht nicht. Ah, fuck. Mist, der Hooper nochmal. Okay. Drei. Nice. Okay. Sehr gut. Oh, Gott. Das war wie ein Arbeitstag. Ah. Oh, mein Gott. Du musst aber noch schneller gehen, ne? Alter. Ähm, ja. Oh, mein Gott. Ja, wir haben ein bisschen zu viel vorgebraten, oder? Kann das nein? Wie viel zu nüppig... Ach, du Innensweppig. Ah, long. Yo. Ja, eigentlich gehen. Obwohl, wegen Aufwärmen, ne? Scheiße, haben wir. Aber es geht nicht. Sind da nur acht. Wir fehlen zwei. Warum? Nein, es ist noch einer. Wow. Oh, mein Gott. Okay. Hm. Ah, hier hab ich noch einen. Deswegen, den hab ich nie rausgebracht. Ah. Okay, der Tag war ne Pleite. Gut. Sechs waren nur zufrieden. Ach, du Edent. Minus 224 Gewinn. Uh. Also gar keinen. Ah, Mist. Nicht mal die Hälfte. Uh. Okay. Das muss man mal besser machen. Ich würde aber sagen, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet's gefallen. Und, ja. Ähm. So, dass euch das Video gefallen hat. Und. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Weiß nicht, ob wir uns hier noch wieder sehen. Oder bei was anderem. Mal gucken. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi. Musik.